Hallo, grüß euch, ich bin der Dani. Ich mache gerade meinen Master in Sport- und Bewegungswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Ich bin Crossfit-Level-Around-Trainer im Crossfit-Urcup und Personal-Trainer. Die Studienverteilung ist im Zuge der Spurgerall-Challenge an mich herangetreten und ich darf euch heute ein kleines Workout präsentieren. Wir starten mit dem wichtigsten natürlich, ein Warm-Up ohne Warm-Up geht nix. Drei Runden, zehn Wiederholungen pro Übung. Drei Übungen sind insgesamt. Das heißt, wir starten mit zehn Wiederholungen Kang Squats, dann zehn Walkouts und zehnmal den Samson Stretch. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr gleich Vollgas ins Workout starten. Beim Workout haben wir sozusagen auch drei Runden. Erste Runde mit 21 Wiederholungen, zweite Runde mit 15 Wiederholungen und die dritte Runde mit neun Wiederholungen. Wir starten mit 21 Jumping Lunges, aber weil das natürlich sonst zu einfach wäre, haben wir immer wieder 30 Sekunden Side Plank. Das heißt, 21 Jumping Lunges, dann 30 Sekunden Side Plank links, dann 21 Burpees, dann 30 Sekunden Side Plank auf der rechten Seite und 21 Push-Ups. In der zweiten Runde sind es nur 15 Wiederholungen, wieder 15 Jumping Lunges, 30 Sekunden Plank, 15 Burpees, 30 Sekunden Plank und 15 Push-Ups. Und in der letzten Runde neun Wiederholungen von Jumping Lunges, dann 30 Sekunden Plank, neun Burpees, 30 Sekunden Plank und neun Push-Ups. Das wäre es auch schon. Während es euch gut auf, passt auf, viel Spaß damit, bleibt gesund, euer Rani, ciao.